Hier komm, Kenny. Ich will bei dir bleiben, Mann. Ich will mit dir irgendwo hingehen. Willst du etwas essen? Hier, Kenny, geh das. Wie geht es mit meinem Junge? Hat er noch essen? Nein. Komm, sprich mit mir, wenn mein Junge sich umgekehrt hat. Ich vertraue dem Typen. Ja, er ist mir lieber als alle anderen hier, mal abgesehen von Dark. Und er hat seine Frau. Der Sohn ist eine kleine Plage, aber er tut auch nichts, was irgendwie uns verhindern würde. Hier. Ja, oh Mann, ich bin so hungry. Du kriegst trotzdem was, ob du willst oder nicht. Willst du etwas essen? Ja, Kenny, geh das. Wie geht es mit meinem Junge? Hat er noch essen? Ja, ich habe ihm etwas gegeben. Klar, dann schreibe es mir. Ich bin zufrieden. Danke. Jetzt habe ich noch einmal Cracker. Einmal Cracker. Esse ich den Scheiß selber? Oder gebe ich das wem? Ich weiß nicht, wann ich zuletzt gegessen habe. Überlegen, wem würde ich es geben? Ich würde es Dark geben. Ne, sorry. Wenn ich selber umfalle, kann ich keinem anderen mehr was geben. Ich muss meine Kraft auch geben. Ja. Ist den Scheiß. Denk an dich selbst, Junge. Sorry, dass du nichts bekommen hast, Frau, aber... Nicht so ein einfacher Job, ist es? Nein. Verdammt schwerer Job. Ich bin nicht in der Nähe. Ich weiß nicht, wie du das hast, das jeden Tag zu tun. Ich habe keine Wahl. Hey, danke, dass du mich und meine Familie ausgesehen hast. Es ist mir egal. Was ist passiert mit meinem Essen? Es gibt nichts mehr. Du tritt immer Menschen wie das, und deine Tage in diesem Grupp sind nummerlich. Du bist der, der zu sprechen, alter Mann. Ja? Ja, ich sehe nicht, dass du dich an dieser Strecke arbeiten möchtest. Ken, ich! Komm her, bitte. Er hat es nicht gemacht, oder? Er hat zu viel Blut verloren. Hey, 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 hey. Dann komm zurück, es ist nichts... Es ist nichts, lass ihn gehen. Lass ihn gehen, Katja. Was? Er braucht echt ein bisschen Zeit. Das Mann, den du gebracht hast, habe ich versucht, aber er wird nie zu überleben. Ich weiß. Zumindest ist er nicht unser Problem mehr. Was über das andere Kind? Was? Alter, alter! Ich rette diese Frau. Ich rette diese verdammte Frau. Fuck, 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 das... Das... Ähm... Das gackt sich gerade alles so ein bisschen. Fick dich. Dankeschön. Ich mach dich kalt, Junge. Ich mach dich. Fick, 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 fick dich. Oh, shit. Mach ihn kalt. Ernsthaft, mach ihn kalt. Bin ich gerade gestorben? What the fuck? Sorry, das Spiel hat sich gerade ekelst geglitscht. Ihr habt das selber gesehen. What the fuck? Weg. So, ich will hier weg. Gut, sehr gut. Kick dich. Kick dich. Kick dich. Ernsthaft, zieh die Axt daraus. Dude, zieh die Axt daraus. Ja, ich würde ja gerne. Hä? Wie kriege ich den runter von mir? Ernsthaft? Wie kriege ich den runter von mir? Geh, geh, geh! Okay. Es ist... Die Axt wird immer feststecken, egal was ich mache. Ist gut. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Kick dich weg. Ich habe ihn! Gut, gut. So, jetzt versuche ich das hier. Ruhig und gesittet. Was ist, wenn ich... Ah. Ich will, glaube ich, gar nicht runterhüpfen. Alter, so. Ich komme nicht. Ich kann da nirgendwo was klicken. What the fuck? Ernsthaft? What the fuck? Okay, ich bin gerade extrem verwirrt. Ich kriege das aber hin. Keine Panik. Ich kriege das hin. Tschüss. Danke. Steck ihm das nächste Mal das Ding ins Gesicht. So. Diesmal will ich hier nicht runterfallen. Okay, er beißt so oder so, wenn ich nicht runterfalle. Gut. Äh. Also, ich muss ja sagen, ich... Moment. Moment. Das ist mir gerade ein bisschen zu umständlich. Ernsthaft. So. Nur für diesen einen Part, weil... Das ist mir gerade ein bisschen zu doof. Da, jetzt sehe ich, wo ich hintreten muss. Das ist wenigstens schon mal ein bisschen einfacher. Tschüss. 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 Ich krabbel weg, ich krabbel weg, ich krabbel weg, ich krabbel weg. Aber warum wurde er schon zu dem Morg? Er wurde nicht mal gebissen. Aber... Ich kann nichts drücken an der Stelle. Aber... Was soll ich an der Stelle tun? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. Was soll ich an der Stelle tun? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ähm... What the fuck? Ich habe... Ernsthaft, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wow. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll an der Stelle. Ha. Irre. Ähm... Wir sehen... Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich es rausgefunden habe. Bis dahin... Tschö, tschö. Das ist mir gerade zu dämlich. Fünf Minuten später hat Stampus den auch einmal verstanden, was er tun muss. Ernsthaft. Ich habe es gerade nicht gesehen, als ich ein bisschen in Panik war. Und sorry, wenn ich da leichtfertig die Aufnahme beendet habe. Aber ich wollte euch das einfach nicht antun, dass ihr das nochmal sehen müsst. So. Also. Und push diesen Bastard weg. Und nachdem ich einmal durchgearbeitet habe, weiß ich auch, was ich tun muss. Ich kicke dich einfach weg. Kick dich weg, Schlampe. Kick dich weg, Schlampe. Kick dich weg, Schlampe. Und jetzt kriege ich nach hinten wie einen Berserker. So, Meester. Jetzt werden ihm die Augen eingedrückt. Pusche ihn weg. Ich will dich nicht anziehen. Ah. Ah, lecker. Jetzt habe ich Blut in den Daumen. Scheiße. Danke. Kein Problem. Wir müssen uns auf jeden Falle beobachten, oder? Hm. Warum bringst du ihn hier in den ersten Platz, Arschloch? Dad, calm down. Scheiße davon. Warum sagst du uns nicht, dass er gebetet hat? Was? Er gebetet hat und du hast keine weine Worte gesagt. Aber er nicht gebetet hat, ich versuche es. Du bist kein gebetet Freund hier. Er kam zurück in die Leben und versucht, mich zu töten zu töten. Was? Was? Warte, ihr alle nicht wisst? Was? 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 Es ist nicht der Berserker, der es macht. Hä? Was? Du kommst zurück, egal wie du sterben. Wenn du nicht das Gehirn zerstörst, dann ist das nur was passiert. Das wird mit allen uns passieren. Ähm. Echt jetzt? Wir sind alle infectiert. Jeder? Ich glaube so. Ich weiß nicht, ich... All das ich weiß, ist, dass ich Leute aufhören, die ich weiß, dass wir nie getroffen wurden. Als ich das erste Mal gesehen habe, waren wir alle in einem Gymnasium, und alle glaubten, dass wir endlich sicher sind. Aber eine von den Mädchen, Jenny Pitcher, ich glaube? Ich glaube, sie konnte es nicht nehmen. Sie hat einige Pille, aber viele davon. Jemand ging in die Mädchen im nächsten Morgen, und... Gott. Doug, es funktioniert. Natürlich funktioniert es. Ich habe dir gesagt. Guter Junge. Ich weiß nicht, woher diese Strecke kommt. Schau, wo du schaust, Mann. Wer sind diese Leute? Ich weiß nicht. Sind sie die Leute, die deinem Camp rausholen? Ich glaube nicht. Aber sie haben alle ihre Gesichter geschlossen, also ich weiß nicht. Okay, ganz vorsichtig. Es gibt nur zwei von ihnen. Wir müssen einen Stand machen. Nein. Wir haben eine Routine. Wir haben keine Routine. Wir haben keine Routine, wenn wir nicht haben. Wir haben keine Routine. Du bist okay? Ja, ich bin nur entgegelt. Ich weiß nicht, wie du noch immer wohnst, Mann. Entschuldigung, Lilly. Wir müssen das machen. Das ist genug. Das ist weit genug. Oh, Scheiße. Okay, okay. Kein Problem. Ich bin Andy St. John. Oh. Oh, das wäre gut. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Essen. Viel davon. Lee, ich bin auch dafür. Ja. Ähm. Ich will da hin. Die haben Essen. Die haben Essen. Das ist ein Gas. Das ist ein Gas zu dir, Derry. In exchange, Sie geben uns ein Essen zu bringen. Wir sehen uns wie es geht von da. Das ist fair. Ein paar gallons müssen ein paar Euro-Generations für ein paar Mal.